Mama hatte ein Tischtuch aus Plastikstoff aufs Gras gelegt und alle Butterbrote und Pfannkuchen und alles miteinander darauf ausgebreitet. Wir saßen im Gras und aßen. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man um einen Tisch herum sitzt. Die Pfannkuchen waren so gut, weil wir nämlich Marmelade und Zucker darauf hatten. Die Butterbrote waren auch gut. Mama legte sich sofort ins Gras und sagte zu Papa. Oh, hier bleibe ich den ganzen Tag lieb. Wie ist es schön hier in der Sonne. Also, ich glaube, ich schlafe heute gleich. Okay, die können ein bisschen auf sie selber achten. Aber ihr geht nicht auf den Steg hinaus. Hört ihr? Wir gingen... Get off it's summer, get off it's summer. Summertime is here. Get off it's summer, get off it's summer. Summertime is here. Let's go, Geri. Ich bin mir willkommen. Jau. Ich bin mir wieder ein bisschen auf die That perguntungen feito. Ich bin mir genüties, so wie es so sein ist. Zumaten ges Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.